Drei Ausführungen vom Halit-Salz, dem reinsten Steinsalz, den wir haben auf dieser Welt. Der hat nämlich 99,9% Natriumchlorid drin. Das gibt es in der Ausführung von Granulat. Ist perfekt für Salzmühlen. Sieht auch super gut aus. Dann haben wir das feine Salz. Da kann man zum Beispiel nehmen, um etwas salzen, gewürzen oder Gewürzsalz zu machen. Und die Brocken, die sind relativ spitzig. Die sehen auch im Wasser aus wie Diamanten. Ich habe hier Salzsohle angesetzt. Das heisst, die Brocken nimmt man vor allem für Salzsohle. Hier vor allem, um etwas kochen oder Gewürzsalz zu machen, auch etwas zu würzen. Man muss ein wenig aufpassen, weil es ist wirklich sehr salzig. Das heisst, mit den 99,9% Natriumchlorid, die es drin hat, ist es also so gut wie reines Salz. Die 0,1% sind dann noch von den Mineralien verdeckt. Und da haben wir natürlich das Granulat, das auf dem Tisch mit einer Salzmühle sehr gut aussieht.